Eine Dua? Eine Dua um Aufrichtigkeit von Allah zu allein. Gibt es? Eine bestimmte Dua fällt mir jetzt nicht ein, aber gibt es ja. Allgemein, dass man sagt, oh Allah, lass meine Tat für dich alleine sein. Lass diese Tat aufrichtig für dein Gesicht sein und so weiter. Das ist okay, kann man machen, inshallah.